Also genau, ich glaube, ich muss das jetzt, weil, ne, für den YouTube-Upload nochmal ein bisschen, ein bisschen besser. Äh, ich glaube, dieses Mal werde ich's dann wahrscheinlich so, ich weiß nicht, ob ich die nacheinander oder zeitgleich dann einstellen werde, aber auf jeden Fall, äh, das ist, äh, Mark Brown Game Makers Toolkit, ähm, hervorragender Kanal, den ich einfach generell auch nur so empfehlen kann. Keine Sorge, ich hab den einfach nur auf dem Account nicht abonniert, sondern auf meinem, auf dem Hauptkanal-Account. Und der hatte über das letzte, ich glaub, die letzten zwei Jahre waren das jetzt, dieses Spiel entwickelt. Ich mein, das müsste so 2022 gewesen sein, als das erste Video rausgekommen ist, wo er gesagt hat, ne, hier, was ist, oder ne, drei Jahre ist es schon. Okay, krass, sorry, drei Jahre, 2021 war es schon. Äh, wo er darüber gesprochen hat, so, hey, ich hab jetzt hier die ganzen Video-Essays gemacht und das läuft doch alles cool und, äh, ich würde gerne mal was, was Neues ausprobieren und eben dann selber ein Spiel entwickeln. Und hat das Ganze auch in dieser Developing, ne, das ist so eine Playliste, die komplette Entwicklung damit auch begleitet. Also immer so Sachen, ne, von, hey, welche, welche Engine sollte ich wählen oder gewisse Dinge, die er dann zwischendurch dann auch, ähm, gelernt hat. Und das sollte ursprünglich halt wirklich nur so ein kleines Demo-Ding eigentlich werden, ne, so ein paar, paar Level bauen, so eine Grundidee umsetzen. Und das ist dann aber wirklich zu einem tatsächlichen richtigen Videospiel geworden, was er dann neben dem Kanal entwickelt hat, über die letzten drei Jahre dann. Äh, genau. Und das, das hab ich jetzt auch vorhin schon gespielt, kurz angespielt, kostet so 10 Euro, ist gerade noch 10% reduziert zum Launch. Und kann das auf jeden Fall von der kurzen Zeit, die ich gespielt habe, empfehlen. Ich wollte das jetzt nicht komplett zeigen und, äh, da könnt ihr dann auch gerne auf dem Stream-Archive-Kanal euch dann den, ja, sagen wir mal, ne, diese, äh, diesen kleinen Ersteindruck der ersten anderthalb Welten dann eben ansehen. Äh, das nur so hier auch nochmal als, äh, sagen wir mal, Kontext für das Ganze. Mac, and if I did absolutely everything right, it should be available to buy right now on Steam. Das hat er schon mal gesagt. Ja, da fehlt Raytracing, ich weiß auch nicht. Mark, he fell off. Ja. Kann eigentlich aufhören mit dem Kanal, würde ich mal sagen. Okay, so in the last episode of Developing, I said that I had locked the content down. I had to stop myself from making any new features, or mechanics, or puzzles, or cutscenes, or anything else. I had to work on polishing the content I had already made. But I did want to make one final little addition to the game. You see, one of the most influential things on creating GameMaker's Toolkit was the developers' commentary system in Valve games, like Portal and Left 4 Dead. When you've got this mode turned on, you get these little audio commentary nodes, that when you click on them, someone from Valve will pop... Ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, gab's ein Spiel, was das vorher mal gemacht hat? Ich meine zumindest, das wäre das erste Mal, dass ich das mitbekommen habe. Das war ja damals Teil der Orange Box, also da waren ja auch, das war ja nicht nur in Portal, sondern du konntest auch zum Beispiel in so eine Developers Commentary Map von Team Fortress 2 reinladen und hast dann auch dort die Möglichkeit gehabt, Kommentare der Entwickler zu hören. Und ich glaube auch bei, ich weiß nicht, war das auch bei Half-Life 2 drin oder nur? Ich weiß auf jeden Fall, es war bei Half-Life 2 Episode 2 drin. Ich weiß nicht, ob das in den anderen Dingen auch noch drin war. Aber das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich das mitbekommen habe und seitdem finde ich das immer ein herausragendes Feature. Also es war ja auch, ich liebe das in den, hier bei Day of the Tentacle war es ja zum Beispiel dabei, das fand ich war sehr gut. Die hatten das auch vorher schon bei zumindest Monkey Island 2 Special Edition drin. Ich weiß nicht mehr, ob es beim 1er dabei war, beim 2er war es auf jeden Fall drin. Und dann eben so Day of the Tentacle fand ich das auch super. Gab ja auch noch bei Alan Wake war es zum Beispiel drin. Ich finde das immer mega, mega interessant. Ich bin auch ein Fan von so DVD-Kommentaren, Audio-Kommentare von Regisseuren oder anderen Leuten, die an dem Film gearbeitet haben, von den Schauspielern. Das ist immer super. Das Riddick-Spiel hatte das in der ersten originalen Version. Half-Life 2 hatte das hier ursprünglich nicht drin. Das war ja in der Orangebox war das ja mit enthalten. Also zumindest, ich meine, ich könnte mich korrigieren, ob das 2004 Half-Life schon OG drin hatte. Aber meines Wissens nach war das erst mit der Orangebox. Riddick war auch von 2004. Ich weiß nicht, ich glaube, es kam entweder zur selben Zeit, weil Half-Life 2 kam, meine ich, Ende des Jahres raus. Ich bin aber nicht mehr sicher, aber es waren beide auf jeden Fall 2004. Ich bin aber nicht mehr. obsession with learning about game design. And seeing as that obsession took me all the way through my game journalism career, through to making Game Maker's Toolkit, and making all of these videos, all the way up to making my first proper Steam game, I thought it was only fair for me to put a developer commentary system into my game as well. So, if you finish Mind Over Magnet, you'll be given the option to play through the game again with ... Ich liebe wie die deutschen Untertitel, so, wenn SIE das Spiel beendet haben. ... developer commentary turned on. Now there are these little ... Oh, das ist geil. Oh, das ist ziemlich cool. ... speakers in some of the levels, and when you use them, you get a voice note from me, telling you ... Ich fände es immer nur ... Also, ich kann verstehen, dass man dann sagt, hey, du willst das den Leuten erst verfügbar machen als Bonus, wenn sie es durchgespielt haben, weil du sollst das bei der ersten Erfahrung nicht haben. Ich fände es aber trotzdem cooler, die Sachen in einem Extras-Menü von Anfang an auswählen zu können, weil es kann ja immer sein, dass eine Person nachher das Spiel auf einer anderen Plattform kauft. Oder sagen wir mal, Mark macht dann noch eine Switch-Version oder so, und dann bist du, oh, ich habe jetzt die Switch-Version gekauft, und jetzt würde ich darauf direkt nochmal gerne mit Developers Commentary durchspielen. Aber kann ich nicht, ich muss erstmal das normale Spiel durchspielen, damit ich es dann nochmal mit Developer Commentary durchspielen kann. Das ist immer so eine Sache, wo ich dann denke, so I get it, warum du das erst als Bonus freischalten willst, aber es hat eben auch dann in gewissen Situationen einen Nachteil, wenn du Leute dazu zwingst, es vielleicht dann nochmal dazu durchzuspringen, um das freizuschalten, ja. Also Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay hatte das mit dem PC-Port drin, das kam im Dezember 2004, Half-Life 2 haben einigen uns auf unentschieden. Ja, aber die Sache ist, du müsstest mir raussuchen, ob Half-Life 2 in der OG-Version Entwickler-Kommentary hatte, weil ich weiß nur, dass Portal, Team Fortress 2 und Episode 2 in der Orange-Box welche hatten, die 2007 rausgekommen ist. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, in der PC-Fassung von Half-Life 2 Entwickler-Kommentare in 2004 gehabt zu haben oder in der Xbox-Version von Half-Life 2. Ich kann mich nur daran erinnern, dass die Orange-Box das hatte und eben aber auch nur explizit die neuen Inhalte. Da bräuchte ich dann die Info, weil ansonsten wäre das dann definitiv Escape from Butcher Bay. Okay, also außer halt irgendein anderes Spiel hatte das noch in so einer Form drin gehabt. Ich meine, Silent Hill 2 hatte Making Off zumindest. Unpaid people on my Discord. Run through the game with a fine-toothed comb looking for any problems, bugs or issues they could find. No matter how big or how small, just tell me about it. And they found a lot of bugs. Like there were almost 100 things. Das ist, ich glaube, das ist so der, alleine der Punkt, wo ich dann immer so, wenn ich daran denke, boah, irgendwann mal ein Spiel selber machen oder so, vollkommen, vollkommen geil. Und dann alleine der Part. So ansonsten alles für mich selber irgendwann rauszukriegen und die Probleme dabei zu lösen, ne, whatever, fine. Aber das ist, das ist, glaube ich, der Scheiß, wo ich dann, wo ich dann denke, nee. Und dann bringst du es raus und dann ist es ja noch nicht vorbei, weil dann, du kannst ja irgendwie 100, 200, 300 Leute das Ding spielen lassen. Und dann kommt das Spiel raus und dann kriegst du Day One einfach, wirst du noch zugeballert mit anderen, mit anderen Bugs, die du finden musst. Das heißt, du bist eigentlich mit dem Spiel fertig, denkst, oh, endlich publishen. So, nee, dann, dann beginnt ja erst nochmal so eine Woche oder zwei oder noch länger an Spaß und du kannst dann die ganzen Bugs, die Leute reporten, dann nochmal irgendwie nachbessern. Das ist nicht wie irgendwie so, oh, endlich habe ich mein Video fertig. Hier, Upload, alles klar, ist gut. So, das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass du dann irgendwelche Timestamps vergessen oder die falsch gemacht hast. Whatever, okay, kann ich noch nachliefern. Ja. Also, die Kommentare waren im Lost Coast DLC das erste Mal mit dabei. Der kam ein Jahr später. Bei Half-Life 2 meinst du jetzt? Also, dann wäre aber Riddick dann trotzdem das erste Spiel. Nein, das ist halt genau der Scheiß, den ich dann auch versuchen würde, um irgendwelche Rätsel anders zu lösen. ...we can get stuck midway. And this one actually came from an anonymous tip via email from someone who played the Nextfest demo. But if you bind Move to the Mouse scroll wheel, you can rapidly scroll the mouse to make Uni speed along a jet engine. Now, I wanted to fix all of the bugs, but I had to make sure I was spending my time wisely. So, I put all of them into a spreadsheet and gave them a score from 1, meaning inconsequential visual glitch that doesn't really matter, all the way up to 5 for critical, game-breaking bug that really needs to be fixed. Lässt den PC explodieren. Dann, I could rank the spreadsheet in numerical order and make sure I started by working on the really important game-breaking stuff before running out of Steam and just kind of going, eh, it'll be fine. Now, some bugs were pretty easy to fix. Others took a lot longer to root out, diagnose and solve. And there were some bugs where I thought I had fixed. Yeah, but that's is, that's is the right puzzle-spiel. So, that's is not, that, that puzzle-spiel is not the puzzle-spiel, what we play, but that is the right puzzle-spiel is Mark, how he has to do it, how he has to do it, how the bugs überhaupt to do it. Because that is, yeah, I believe, really, that's not so this, okay, that Ausmerzen davon, sondern überhaupt erst rauszufinden, was is that problem? Was führt überhaupt dazu, that this, this Fehler irgendwie outtает? Das ist die richtige Detektivarbeit. Das ist das wahre Detektiv-Game, was er immer haben wollte. Einfach Puzzle-Solution gerade gezeigt. Spoiler für sein eigenes Spiel im Video. Das heißt, ich konnte ein paar Steam-Keyes geben, zu einem Freund und Familie und Mitglieden der Presse, die sehr generösisch geschrieben haben, in den Interviews mit mir, und in den Features, über die Spiel. None of which I have read, denn none of them have been published, as of the time of me recording this little video, that I'm doing a week ahead of launch. Fingers crossed, they're all very positive, and not at all mean, about the thing I have spent the last three years of my life working on. Anyway, I'll save all of that stuff for the inevitable How Did the Game Do video that will come out in a few weeks time. And so now, all that is left for me to do is to go into Steamworks and press that big green Release the Game button. I think it's green, I haven't actually looked at the button. I'll put up a video of the button now. Is it green? You tell me. And so, I don't know, man. I don't know. The game is finally out. It's done. It's released. People are hopefully downloading it, buying it, playing it. What a wild ride. Because I announced my plan to make a game at the end of 2021. And it was not supposed to take this long, but here we are, three years later. And so after... I think that's every single development of a game ever. Or generally every production ever. Even if you're working on a video or something else. That's always so, yeah. I plan, I plan, I plan eigentlich gut voraus. And I say, so long should it be. So I make a little bit of effort to do it. And at the end, the time has doubled or dreifed. After making character controllers, and level editing tools, and user interfaces, transition shaders, sound effects, and puzzles. After releasing prototypes, and builds, and demos. After getting feedback, and bug reports, and advice. After changing the game's genre, and after changing the game's entire art style. After all of that, it is done. Now of course I could not have done this alone. So I wanted to take a moment to thank all of the people who helped me get to this point. That includes Zack Jones, who put together an incredible original soundtrack that just elevates this game to a whole new level of quality. Also, die Musik war auf jeden Fall gut bisher, die wir eben gehört haben. Ich glaube, das waren so drei Tracks oder so, die da gelaufen sind, die waren alle fantastisch. Die werde ich direkt nehmen und auch in den eigenen Videos benutzen. Hehehehe. From promotional artwork, Rahul Gandhi provided legal services for contracts, my dad made me a 3D animation of a giant robot arm which I incorporated into the background of World 4, the gaming Brit suggested the name of the game, and various GMTK Discord people helped with chunks of code, including Sophie Stevens and Dom Harris. I'd also be remiss not to shout out a few Unity assets I just couldn't live without, including Text Animator from Fabuchi Tools, Dutween from DemiGiant and my custom scene picker from Kira Lord. I ran so many playtests for this game and people were so generous with their time, so thank you to all of my friends and family members and GMTK Discord users and social media strangers who recorded themselves playing through the game. Jetzt einfach, jetzt einfach so, ähm, hier in dem Moment dann diese Oscar-Musik einspielen, wenn Leute zu lange reden, einfach so als, als, ich glaube, das, das wäre eine Sache, die würde ich machen. Die würde ich dann in mein eigenes Video einbauen. I also got so much amazing feedback and advice from professional game makers, including Patrick Traynor, Oliver Granlund, Austin Wintery, Alan Hazelden, Jonas Tyrola and more. Thank you for sharing your experiences and listening to my problems and my woes. And finally, a massive thank you to my supporters on Patreon, who literally funded the game and gave me the time and space to make this whole dang video game. Okay, enough chat. I really hope you take the time to check out the game. It's available on PC and Mac, as I say, and it also runs really nicely on a Steam Deck. If you've got one of those, I made sure it fills the screen fully and all of that good stuff. I will be back in the future with a full post-mortem on this whole project, but until then, thank you and have fun. Ich bin, ich bin mal vor allem sehr gespannt, was die Verkäufe betrifft. Also die, die Resonanz ist mir relativ Wurst, glaube ich. Ich glaube, das ist mir, das ist mir jetzt nicht so wichtig, was die, was die Resonanz betrifft. Und da ist mir meine eigene Resonanz eben deutlich wichtiger. Aber gerade was die Verkäufe betrifft, weil Puzzle-Platformer ist jetzt ein Genre, was nicht mehr so beliebt ist, wie es mal vor zehn Jahren oder eher so 15 Jahren war. Also das war ja gerade zu den Anfängen der Indie-Zeit, vor allem mit Sachen wie Braid und so. Das war, ich meine, an sich ist ja Portless auch ein Puzzle-Platformer. Das war super populär, das war eigentlich so mit das beliebteste Indie-Genre überhaupt und wurde dann vollkommen übersättigt und ist jetzt normalerweise auch nicht etwas, wo ich dann so sofort feucht werde, wenn da jemand sagt, oh, hier ist ein richtig guter Puzzle-Plattformer, wie, 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 wie. Sondern dann schaue ich es mir eben an und gucke dann, ob es in irgendeiner Form interessant ist, wie jetzt bei dem Spiel auch. Aber wie sehr das dann tatsächlich was ausmacht, wenn du so eine krasse, weil welcher Developer, der eben selber ein Spiel gemacht hat, hat einen, also nicht nur den eigenen YouTube-Kanal, der, der 1,6 Millionen Abonnenten hat, sondern der ja auch noch auf dieses Thema spezialisiert ist, der eben über die letzten 10 Jahre Videos zu Spieldesign gemacht hat und der auch die komplette Produktion des Spiels die letzten drei Jahre begleitet hat, der ja die bekannt-, also die erfolgreichsten Game Jams weltweit gemacht hat, was die Teilnehmerzahl betrifft. Da würde es mich mal dann sehr, sehr interessieren zu sehen, wenn Marc dann am Ende dann sagt, okay, so viel hat sich das Ding dann jetzt auch, keine Ahnung, über die ersten zwei, drei Monate oder so verkauft. Ich nehme an, dass er dann Anfang nächsten, Anfang nächsten Jahres ein Video eben dazu machen wird. Jetzt gibt es nur noch Roguelikes, ja, das ist so das, das dominante Genre und ich, ich kann auch kaum abwarten, bis das wieder stirbt. Also laut eine Wikipedia-Liste mit Videospielen, die Death-Kommentary haben. Oh stimmt, Sly Cooper, Phoebus Raccoonus, oh, ja, 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 ich erinnere mich. Star Wars Episode 1, Battle for Naboo, Star Wars Rogue Squadron 2, Rogue Leader, das hatte, ja, ja, und Voodoo, wenn es so ist.